Es kommt Wir sind ja die alten Handmaßes, ne? Heilige Kacke, Mann Ihr wisst, dass ihr hier Smokes braucht, ne? Du brauchst Smokes, ich brauch keine Smokes Ich kauf mal eine Scheiße, ausgerechnet Office Ich geh Shorts Wo ist denn Shorts? Wollen wir jetzt hier reingehen, oder? Wo ist denn der Geisel? Fällt die Taf Lang kommt schon was hoch Oh, die Hände Geht nicht dahinter, schnell Bei mir ist einer Bieg nicht, Bieg nicht Natürlich Bieg nicht Das ist Geisel, Bieg nicht Ja, ist das so Wir sieh'n überhaupt aus, Alter Wie ist denn ein Schmuck? Haut enge Jeans Haut enge Jeans Lol Nicht so weit vorgehen Ich fahr da bei den OSP-Nachlader Das töten Ja, throwing a Flashbang Bei der anderen gar nichts rein Einer ist auf Lang hinten Einer ist auf Lang hinten Frei sind hier Ich lass den mal reinkommen Ja, super Da ist noch einer Da ist noch einer Die haben Zeit rausgespielt Haben sie die gepickt? Ja Oh, da ist einer an der Kante Nein, nein, nein Ist doch egal, lass die vorne weiter Immer noch hinten lang Einer am Fenster Die fahren immer nur ein? Ja Wohin hab ich seh' die Geisel da nicht mehr auf dem Radar Bei orange und grün sitzen sie Komm rein Einer ist auf jeden Fall Schon vorne im Raum Ich hab noch 5 Schuss Ah Mann tot Ich höre so viel App Jetzt kommt einer zu euch Munition ist an Oh Es sind mindestens noch 2 Flo Wer ist vor allem um? Der letzte war auch da Wer ist da? Es waren 3 Mann da bei euch Hat er mich schon umgedreht Ist er die auf 10? Er hatte ich nicht Was würdest du hören? Der Nervenkitzel Geht das jetzt bis er einen in den Foto ist oder was? Nein, bis die Zeitung ist Du hast 2 Minuten Zeit Wenn du die Geisel nimmst Geht zu 1 Minute mehr Bis dann Du bist bei mir hier Ah ok Schönes Ding Nice Ich hab mich schon gewundert oder einer? Ich hab mich auch gewundert wo der bleibt mit meinem Assist Woher bleibt mit meinem Assist? Woher bleibt mit meinem Assist? Jetzt am besten in Peace Und Smokes Smokes nehmen wir wieder Das wirst du sehen wenn die ein Hellsmash nehmen Da kommst du gar nicht mehr durch Dann haben wir ein bisschen warten Für das mal Ich smoke zuerst Wo ist denn hier eigentlich Short und Lang? Alle Ahnen mal Alle Ahnen mal Ich muss mal noch wissen an Ja Komm komm Na Short ist eigentlich bei euch da Schebek Nice Grenade Oh fuck Die Nate war geil Die Nate war richtig gut Die Nate ja Oh Da steht einer Da oben steht einer draus Smoke Hast du noch ne Smoke? Ich hab noch ne Smoke Ich hab noch ne Smoke Was ist hinter der Uuuuh die Nähe hab ich gepressen Die Smoke Die Smoke hab ich geworfen Linke Seite hinten am Fluch Ah genau Hast du den Fuß gesehen ne? Du hätteliger Vogel Beide da Da musst du nicht Rechtskante gestanden haben Musst du ja Nice Letz ist hierhin bei uns Oh Das ist für den Pfeil besser war mein Ding Der ist ein Serial Killer Was? Serial Killer? Serial Killer? Serial Killer? Drück Tab und dann rechts Unter dem Score von dem Unter dem Score von dem So ja Oh nice Nice Kann man eigentlich hier rausnehmen? Ja ja Kommst du wieder? Ja ich warte noch ein bisschen Ich warte noch ein bisschen Ich warte nicht so tief rein Ich warte nicht so tief rein Ja Und was kommt auch um? Schnell aber Verschiedst du den? Das sind glaube ich zwei sogar bei euch Hast du ne Smoke schon weg? Ja Oh die stehen im Fenster Was kommt sie mal? War das die Smoke? Die Special Smoke? Ich werde keine einzelne Brunde hier abgeben Ich will gewinnen Ich hab dich mal ein Gegner gesehen Ich lass die auf keinen Fall gewinnen Das haben sie bestimmt gekauft ne Das wird's richtig lustig Ich bleib trotzdem mit OMP Aber wie gesagt einfach Deathline Weil Ja Ja Ich fahr auf P90 aber Kannst du gleich die Smoke genauso wie ich legen? Ja Auf diese Brautung ne? Ja Smoke Was? Also die Smoke hier mal Die ist mega behindert Die ist nicht weit genug geflogen Ist ja gut Ich hab da noch Ich hab da noch Ich hab da noch Ja fuck ne A Wir sind ganz hinten im Gang Alter Was ist denn Was ist denn hier? Ich bleib an dem scheiß Sofa hängen man Ich hab da noch Mein Gott Weißt gar nicht wie es ein guter Spot ist hier Ne Weißt gar nicht wie es ein guter Spot ist hier Bugst du? Oder soll ich Der Gang ist auch Der Gang ist auch Ich gucke Der Gang ist auch Der Gang ist auch Ja stehen sie zu zweiter drin alter Hat auf jeden Fall grad die Geisel aufgehoben Die Geisel aufgehoben Geht die Runde ist vorbei Ja Schoess Das hier nicht pieken einfach nur versteckt bleiben Wir haben nicht einen im Ziel verloren Alter Die können kaufen Ich kann legen, was wollt ihr? Irgendwas Alles klar Auto-Shutgun Dann stell ich doch hier kurz hin und ich stell mich hier mit Tuck Ey, komm hier, komm zurück Pappel Einmal smoken und dann komm zurück Die ist ein bisschen lang, die smoke Pass schon Aber immer noch Awe, ne? Die Assis Rauscht, du musst nicht peen Ok, steht Wasser auf jeden Fall da im Gang Ja, die hat hier gerade bei mir hingeschossen Auf langen Gang hier Ja Ist der smoke weg? Noch nicht Ähm, da jetzt Das werft ihr denn hier am besten in der Scheiße Ja, wir müssen zweit wenigstens Der Spot ist scheiße, ich hab von Gott da weggeschossen Ok Dash gleich Probleme? Ich hab nichts mehr Und ich merke smoke? Aha Durch die smoke, ist klar Ich hab's nicht mehr Der hat seine dieke geholen Der Silver, da liegt im liegt auch eine AK hinter dir an dem Gang Rechts ich bin 76 in fünf ich hab kein einziges mal getroffen ja wir müssten ein bisschen auf jeden fall hier hinten lang hier hinten müssten wir auf jeden fall ein bisschen weiter vorne stehen sie laufen in der smoke und dann picken die einfach auf die geisel ja da kommt noch ein alter was war das bitte für eine flash als ob das gar nicht vielleicht weil so ein übelst langer gang da ist naja selbst die reichen nicht ewig und zuerst ich hab ich habe nur waffe und kevlar steht aber ich glaube ich glaube dass sie es spät eingreifen schweizung ich glaube ich glaube dass sie es spät eingreifen können wir eine gewisse schweizung 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 spendern steppes hier auf den langen gang noch einer ich glaube die arme ist hier noch hier sind alle drei zwei mann kommen hier noch und einer kommt bei schabek Ich bin weg. Ist noch einer Taff. Schau. Wieso muss die Geisel nicht mal hier sein? Die sind mal woanders hin. Immer. Es wirds von rundher so. Immer so jetzt. Wirklich? Ja, er muss am Anfang Glück haben, dass sie woanders... Ja, die sind mal dahinten inspawn. Ja, das geht ja eigentlich nicht. Er ist nächstes Game oder halt wenn du was nächstes. Ich smoke hier erst jetzt, ne? Okay. Ich hab diesmal auch Smoke gekauft. Nice. Noch einer. Scheiße. Ich dachte, der kommt schon rum. Oh, was? Drei sind auf der Seite. Fire. Flashbang. Ja, die holen die Geisel schon. I'm throwing smoke. Opa. Hey, warte. Opa, du kannst oben durchgucken. Ich kann nicht durchgucken. Aber er kann offensichtlich durchgucken. Ich konnte auch drunter gucken. Super. Manche können durchgucken, meine ich nicht. Null Hit. Er konnte dich wahrscheinlich sehen, oder was? Ja, scheinbar. Einen guten Wall-Lag angemacht. Die können nur von hier kommen, ne? Ja. Ja. Zwei bei mir. Ich darf, da können sie schon kamen, Tag. Ich kann nix stacken, ne? So, ich kann von hinten kommen sehen. Ja, die spielen das gut, Alter. Ja, die spielen nur wahrscheinlich Office. Wollen wir nochmal Gegenwasch machen, aber komplett, äh, jetzt zum Fenster raus. Drei Fenster raus und drei die Treppen, oder runter. Also hier links durch den Gang. Wir hüpfen durchs Fenster, hier hinten. Oh. Wir hüpfen durchs Fenster, hier hinten. Oh. Der geht ganz anders lang. Der geht ganz anders lang. Einer draußen. Der fällt nicht um. Alle kommen hier noch? Oh, ich bin hier. Awe noch. Die Awe steht. Bei Silver hinten. Also am Zettil. Ich glaub, die steht her, Mann. Ja. Ich bin hier noch das letzte. 90, ne? Na, der Schneemann heißt Hermann. Die spielen aber auch langsam, ne? Ja, lass mal ganz spät. Der muss smoken, das ist schon okay. Also auf die Zeit gucken. Bei Smoket sind die Kunden zwei Pfund. Bei uns müssen wir schnell smoken. Ja, bei uns. 45 kommt die Smoker am besten. Move it, move it. Ja, ein bisschen Zeit. Smoke wieder zuerst, ne? Na, lass mich mal zuerst. Folge am besten ist, so bei 1,15 oder so. Da war ein bisschen spät, meinst du nicht? Dann mach 3,1. Warte mal, die pushen eh nicht vorher. Weißt du ja nicht, wenn sie gerade da nichts liegt. Dann denke ich mir, hauen sie durch. Ne, ich denke mir, das machen die die ganze Zeit. Und wenn, dann stehen wir dann da. Swok ab. Jo. Hab schon. Äh, chill. Halb. Halb. Ne, da ist rechts langgang. Smoke. Was? Ich hab noch nen Feind. Ich flash nach der Smokes. Wann wo? Weiß ich nicht. Ich glaub da rechts im Gang muss er gewesen sein. Es ist 33. Ich fli- Alter. Nice. Sorry. Geh mal rüber. Das ist die Awe. Geben noch Sitz. Komi, komm. Ich bin blind. Kein Problem. ABP. Ich. Zehn Sekunden. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ich dachte, er kriegt Zeit, wenn er die Begeister nimmt. Ja, aber er braucht ja Zeit. Mit Kit brauchst du, wie lange? 2 Sekunden glaube ich? Man braucht ein Kit dafür? Ja, den brauchst du nicht. Wenn du das nicht hast, brauchst du 5 oder... Kit, fehlt eine Sekunde ohne, glaube ich, 3. Ja, das hätte er noch geschafft. Er hätt's ihn dabei gestört, dann nicht, wenn er da dran... Remember, keep the Hawks safe. Das ist richtig kacke, alter. Aber jetzt keine Nades in sommer. Und wasch herbeck. Nice. Was steht? Er kommt dann rumgesandt. Ja, und die Aave schießt auch schon hier durch. Oh, da steht schon einer an der Ecke bei dir, Tav. Ja, alles muss kommen. Ich kann die Waffe holen. Ein Flash. Ich kann auch noch mal reinflashen, Tav, warte. Ende. Die Aave hier bei mir. Warte, ich bin irgendwie geschossen, dann ziehe ich rum. Hey, wollen wir ein Tag-Team machen? Drei waren bei uns. Kommt jetzt bei dir vorne. Wechte Seite. Uh, Death Reaction. Dann muss auch irgendwo eine Aave liegen. Ja, eine Aave kannst du knicken. P90, beste. Kannst du eine P90 trocken? Drecksack. Was willst du? P90. Halt am Start, Alter. Halt am Start, Alter. Hau, ob diesmal wirklich spät. Also so bei... Dann machen wir bei 1,20 oder so. Ich hab nur ne Flash. Dann stell dich mal so da oben drauf, dass du... Kannst du so am Ende vorbeischießen? Kann ich ohne dein Ball durchschießen? Ne, ne? Ich hab gesmoked. Um 45, 30 ist die Smoke weg. Außer wenn du jetzt nach links gehst, dann stimmst du's weg. Oh man, diese scheiß Map. Der Smoke macht? Der ist der Mann noch. Tja, einfach durch das Ding geaimt, ne? Ich weiß nicht, ob ich drin bin. Hier ist noch einer bei uns. Oh. Ich fiss mich ja durch die Wand. Ich kann das Piss habe. Das kann nicht sein, Mann. Zwei Low. Da liegt noch ne Smoke draußen. Zwei Low da drinnen. Ja. Ja. Okay. Er schießt mir nen Kopf hinter der Geisel. Wenn ich das wüsste, ich hab keine Ahnung. Okay, der hatte nur noch 7 AP gehabt. Flo, und da ist noch einer. Nice. Also bei mir waren eigentlich nur zwei. Die Geisel, die hat Kevlar-Westart glaub ich. Okay, dann kann ich das noch. Alter, ich hab mason. Ja, ich hab mason. Ja, ich hab mason. Was ist denn? Wer drückt im Morbo? Ich nehme auf den P90, Till Du. Ja. Ah, mein AP hat da. Ich bin jetzt hier. Da war ich hier. Komma, komma. Let's go. Ich smoke mal zuerst, wa? Ne, ich mach ich mal. Okay. Um 45, 35 ist die Smoke weg. Feuer ist auch am Ende, aber noch ne Tritt... Was? es ist nicht sein fucking ernst einer gibt es einen langen gang einer nur hat noch 57 glaube ich war nicht blind Die Geisel, halt die Geisel. Halt die Geisel. Drei Leute, halt. Warum gehen wir nicht auf Retake, Alter? Nice. Die Geisel. Wir müssen uns machen. Nein, Leute, nein, 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 nein! Was? Was? Wenn man eine Geisel rettet, ist die Runde gewonnen, oder was? Ja. Zwei Geisel wäre ein bisschen heftig, ne? Na, damals war es so. Glaube ich. Und Drops wechseln. Zwei Geisel, was willst du? Thomas. Zwei Geisel wäre ein bisschen heftig in dieser Zeit. Äh, Silber, ich glaube, du hast dir gerade was verwechseln. Ja. Ich hab nur Smoke. 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 Ich bin halt auch bis 24. Die Scheiß halt gut runter, ne? Die Zeit. Eigentlich können wir doch auch mal von hier halten, oder nicht? Nachdem wir die ganze Zeit vorlässen. Ey, ich krieg hier gleich einen eingeschenkt, ey. Das ist nicht zu fassen. Ja, willst du wieder? Nein, passt schon. Die brennen nicht. Die brennen nicht. Die brennen nicht. Oh, ich bin hinten. Einer noch ganz hinten. Ja, aber wenn sie hier smoke, dann sind sie verkackt. Ey, das ist nicht. Zwei bei uns. Die wissen das ja nicht. Doch, wenn hier keiner drin ist, dann müssen wir da sein. Oh, das Silber da kommt. Nice. Das ist noch einer. Hälfte. Wir schießen voll in die Klasse. Nein, mit mir. Jetzt kommt hier Smoke. Ja, sicherlich. Das scheiß Stuhl. Der ist ja mega behindert. Einfach durch die Smoke reinhauten lassen, die glaube ich schon. Einfach an Spawn stellen jetzt mal. Wer wird damit rechnen? Abgebungst. Drei, glaub ich. Geht auch runter, woher ich sie hinbringen muss. Ist nicht besser? Na ja, muss dann in beide Richtungen gucken können. Hallo, doch. Ist der da? Wir können zur anderen Seite kommen. Und auf der anderen Seite ist der Abgabepunkt ein bisschen weiter, ne? War mobil für dich, Alter. Mega viel Zeit. Geo, ich will wünschen, dass du beides siehst. Nein, gib nicht. Dann stehe ich viel zu offen. Da muss er nur reinjumpen. Dein Geo-Risiko entscheide ich für eine Seite. Bringt ja eh nichts. Da hinten siehst du, ist ja schon zu spät. Ich kann einfach da die Treppen unterkommen und gewinnen. Da hinbringen, glaube ich. Ich kann einfach die Treppen gleich unterkommen. Mal Treppen hoch. Ich dachte, hier kann er nicht lang, Alter. Wie Assis. Ja, Junge. Also Tag. Ich wusste gleich, dass man hinter der Container nachliegen kann. Die wissen auf jeden Fall, wie man gleich das defendet. Die wissen es einfach. Duffissspieler. Geht mal direkt nach der Station. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... ... haben jetzt spielen. Ich bin... ... Na ja. Muss sagen, wenn sie kommen... ... bei dir um die Ecke. Viel Geld. So. Zwei noch. Er schieß durch... Er schieß mich bitte durch die Wand, du Assi. das ist doch nicht zu fassen mann einer noch am Gang da wo ihr immer steht Taff und Till und einer ist glaube ich da hinten bei Flo irgendwo einer noch bei mir also bei Schabek da ich glaube bei Schabek sind zwei ich hab kein Geld mehr ich hab die Bumbe ich hab die Geisel so angeknabbert alter also die letzte Runde oder? ne da hinten raus einen drin oder? mach ihn einfach nicht so dass er nicht raus kann ich darf hinter euch er kommt hinten bleib du da Gabe bleib du an dem ausrennen wie ich sie das ist eigentlich ein Team mehr oh da hört der an der Gerogen schafft freigeschalten